Das perfekte Tor für mich, da ich ein Fan von schönen Kombinationen bin, stelle ich mir vor, dass es ein Powerplay wäre mit ein, zwei Doppelpassen und Abschluss dann durch den letzten guten Pass ins leere Tor, dass der Torschützer nur noch eins schieben muss. Eigentlich geht es meistens so schnell im Spiel. Es ist was anderes, wenn man vielleicht einen Alleingang kriegt, wo man noch nachdenken kann. Dann ist natürlich im Kopf, was werde ich jetzt machen, soll ich probieren eher zu schießen oder vielleicht den Torwart auszuspielen. Aber oft, wenn man einfach einen Pass kriegt und schnell direkt schießt, dann geht alles meistens so schnell, dann kann man fast gar nicht überreden. Ich spiele beides. Ich glaube, dass es eigentlich eine gute Sache ist, dass der Trainer den Spieler in beiden Positionen einsetzen kann. Es ist meistens so, dass man als Außenstürmer vielleicht öfters nach vorne geschickt wird vom Mittelstürmer. Da der Mittelstürmer oft derjenige ist, der in der Mitte das Spiel aufbaut, nach außen, nach links und rechts. Und ja, als Außenspieler ist man öfter, sage ich mal, gefährlicher oder schneller vorm Tor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Mittelstürmer die bessere Position, weil ich gerne den Puck auf meinem Schläger habe für ein Theaterspiel so ein bisschen machen kann.